und ich möchte euch eine kleine bedrohung zeigen ja keine bedrohung jetzt fangen die hier schon wieder die moderne wieder ab und zwar werfen sie da steine von eclipse da direkt in der garage was ist los mit denen als ob die das extra machen dass wir nicht mehr glitschen können aber ist also fakt schon wieder derbe ab ich habe gedacht ich muss euch das unbedingt zeigen also passt auf wenn ihr in eine öffentliche lobby reingeht wenn ihr in der öffentlichen lobby reingeht und ihr habt das precht dass ein mord oder sonst was drin ist oder jemand schon sozusagen das auch hat ja es verbreitet sich ja wie anscheinend wie so ein virus wenn man das bekommen hat und andere leute noch in der lobby dann bekommen die das auch automatisch also voll scheiße nein egal ich hoffe euch hat das video natürlich gefallen und lasst ein like und abo da haut rein ciao